ja willkommen zurück liebe leute das Mikro hat es überlebt halleluja wir haben im letzten Parts das Mikro runtergefallen das war keine so geile Sache am Ende aber es hat es überlebt und es funktioniert de facto ganz normal das ist gut halleluja das finde ich sehr schön dass es ganz normal geht genau so weit dazu ja ja gut was machst du gerade ähm mein Werk wird kochen ich will zum Nächsten zum Nächsten zum nächsten außerdem will ich nochmal kochen 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 So als beißert gerade aber ich brauch noch wild dich nur so als Info Apropos ich krieg mir so ne schicke neue Waffe Esst? Ich zeige ihn mal Joll Guck mal man hört einfach nur zu grillen das ist richtig selig vom Spiel-Sound her ich mach ihn dir mal ganz kurz an da kannst du ihn dir mal anhören das genannt gleiche wie wie die Axt der Akta spielt er uns was zu tun ja, das schicke das sind wieder wieder, du hast nicht mal der Rest gekültet ganz geil gemacht Pressisten, die wo du wohnst und da du bist, wo du heiß schnapp mir das mit Zeug hm ich bin so noch fleißig ein paar Leder bei die Party, die das gemacht haben, zu rendern und das hier mal hochzuladen und dann auf planmäßig zu stellen weil das so geil ist, das Bild um die Funktion da kann man Bilder auf planmäßig stellen Videos auf planmäßig stellen das heißt, dass die halt erst ähm ein Tag später zum Beispiel zu ne bestimmten Uhrzeit hochgeladen werden wie man das aussucht das ist praktisch 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 um und und das ist das und das und Ich muss oben beide drin werfen, oder kann man mir ein paar Malzeiten lassen? Ein paar Malzeiten für die Reise. Kannst du mir nicht die Idee? Was kostet du gerade? Noch nix. So, so. Ich muss mir erstmal mein Zeug für das Buch haken. Aufsuchen. So, jetzt erstmal nochmal. Nein, nicht den Lachs, nicht den Lachs. Dachs. Ich kaufe jetzt einfach einmal den Fisch. Einmal den Fisch. Wenn nicht. Fisch fies. Füll zwei Leben auf. Hört sich. Geiler. England. Und England. So, jetzt machen wir mal ein Armin oder so. Ratatouille. Ein Ratatouille. Ratatatatatatouille. Obst mit Pilzen. Auf zwei Leben. Jetzt warte ich einfach mal hier bis morgen. Und... Ich muss nochmal ein Ausdauerlegen. Eine Eite. Wie geht das? Wird schon irgendwie gehen. Und jetzt warten wir hier. Bis morgens. Klikklik. Auf den Vogeln hätt ich mir beraten können. Auf den Vogeln hätt ich mir beraten können. Das ist doch schön so aus. Was anfang. Ist doch schön so aus. Ein Mal. Okay. Das ist ein Problem. Da ist es. Da ist es. So, teleportieren muss ich aber nicht. Nein, Telepater. Also Telepater, also Telepater mag es immer noch gern. Das müsst ihr wissen. Bodenloses Moor. Wenn du in Moor triffst, versinkst du und kannst dich auch durch Swim nicht mehr retten. Ach. Das müssen wir inzwischen. Selbstbissen. Lieber ins Nintendo Team. Mussten wir auf harte Faust selbstbissen. Und dann legst du das Heißfeld runter, alles klar. Loll. Und mir ist zu kalt. Scheiße. Was macht jetzt denn? Was macht jetzt denn? Was macht jetzt denn? Ja, stimmt. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Ich muss für den alten Herren sein Gericht zu Ende bringen, damit er mir sein Kind verbraucht wird. Richtig, wer das tut, hat sich denn noch gefehlt? Weiß ich immer noch nicht. Das weiß man noch nicht. Weißt du warum? Warum? Weil ich immer noch kein Bild gefunden habe, was ich überhaupt jagen kann. Und deswegen mache ich mit meinem Cut. Cut, 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 cut. Cut, cut, cut. Cut, 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 cut. Das ist echt neid. Ba ba ba. Aber mein Herz fliegt schneller. Saka pao 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 saka pao. Und ich lebte jetzt so wie Sing ist das gerade. Wer hat nicht vergessen, das jetzt rauszuschneiden. Das wäre so scheiße. Das ist ein kleines Erinnerungsgerät. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde mal sagen, ich teleportiere mich jetzt. Er teleportiert es jetzt, wo er teleportiert ist. Teleportierst du das? Zum Schreien des Lebens? Oder? Nee, nee, nee. Hier unten hin. Zu dem Schreien. Damit ich in den Wald gehen kann, um den zu jagen. Cool. Das bleibt mir anders übrig. Das heißt kein Mensch. Bestimmt viel. Nein, eben nichts. Ich muss das machen. Und dann will ich diesen Mantel... Ähm... Geil. Mantelkriege. Und dann gehe ich mal durch den Wald. Und jage. Und das machen wir. Wir jagen. Wild. Ja, denn wir brauchen keine Flügel. Vielleicht ist es bei der Hinten, bei dieser Titadelle, da noch etwas interessant ist. Ich mache mir. Ich kenne es. Ich kenne es. Ich kenne es. Ich kenne es. Mh und da hinten sind Kobold oder? Ich sehe die ob du dir das glatt machst mit Filt mit Filt mit Filt mit Filt mit Filt mit Filt wie geil wie geil wie geil wie geil und der probiert das Bild grad fertig zu machen aber das ist zu dumm dafür Hallo Ich hab vergessen den Filt da kommt die ganze Horde auf dazu Ähm die Steuerung Scheiß Scheiße Mach die fertig Loll Oh da ist eine Truhe Ja Trailer Chef Aber zuerst kommt er nicht ums Wild Wollte Asterix mögen Hey wohin willst du? Es rennt weg Es rennt weg Es rennt weg Er verfolgt das Das war so dumm du mir leid Ich sag nix dazu Ja bitte Mann ich drück den Auslöser auch viel zu früh Applaus dafür Ich hab noch einmal gesagt Ich hab noch einmal gesagt dass man keine Schaden dafür bekommt Wie oft haben wir heute den Game Overblitzung gesehen Ich versuch dich besser anzustellen Ich versuch dich besser anzustellen Vermutlich macht es den meisten da draußen nur Spaß mich zu verrecken mich verrecken zu sehen Definitiv Und da haben wir Ah das ist wieder da Ja Dein Glück Vielleicht lebt es jetzt mit dem auf Und da haben wir aber auch wieder so ein Typ Da ist ja wieder einer Hä Mach den Druck mal besser Ja läuft einfach rein der Typ Ey lebt noch Naja nicht wirklich Das sind ja erst zum Atemzüge waren das Was Aber er ist einfach vollkommen entwacht Nicht waffnet Ich kann liebens auflegen davon Ich kann liebens auflegen davon Jetzt muss ich werfen einfach so wirklich schnell damit ab Um es aggressiv zu machen Um es aggressiv zu machen Boah Jetzt aussieht Treffen solltest du Ja das ist halt zu schnell Das ist halt nicht dumm Ah das fällt zwei nicht weg Das sind zwei Du kannst zwei Du kannst zwei Weltsweine erledigen Das machst du jetzt Ich bin zuversesslos Das bekommst du de facto hin Verdammt jetzt! Sie sehen mich immer, wenn ich den Boden aufspanne! Das kann hier ich. Ich möchte mal so eine pette Bombe in den Wald. Mann, ey! Den Schatz! Den Schatz, der kommt! Da ist noch was, ey! Hintet der an oder was? Ah! Kann ich auch! Jetzt werfe ich das Schamteil hier weg? Und neben mir das hier. Oh! 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 Hiacks Tutorial! Oh! Opa- Le . Nicht mal wechseln mit Opa! Das ist eine gute Frage. Aber die Frage geht mal nächsten Part nach, liebe Leute. Ich bedanke mich für's Zuschauen von dem Part. Und mit dem Schuss macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao!